hallo herzlich willkommen zu einem neuen video hier in meinem kanal heute zeige ich euch wie ihr euer editing verbessern könnt das auf jeden fall gerne ein like und abo da und aktiviert die glocke um keine weiteren videos mehr zu verpassen außerdem wünsche ich euch noch einen guten rutsch falls es video noch 2020 ankommt und zwar zeige ich euch heute wie ihr euer editing verbessern könnt und zwar anhand einer guten edit map und wie diese edit map aufgebaut ist den code der map werde ich noch in die beschreibung packen die map die ich euch heute vorstelle ist von radar und außerdem zeige ich euch heute das ganze auf maus und tastatur hier der code 7 7 8 9 3 7 8 5 0 3 8 0 da ich bin ja standard gemäß ein controllerspieler aber heute denke ich alles auf maus und tastatur weil ich jetzt auf maus und tastatur wahrscheinlich umsteige und dass das video vielleicht sonst etwas langweilig wird weil ich jeden tag diese map gemacht habe und damit so ihr sehen könnt wie man sich mit dieser map im editen verbessern kann hier dann seid ihr dann hier in einem raum hier könnt auch mit euren freunden edit 101 machen um zu schauen wer schneller editen kann hier zum beispiel level leicht hier ist rechts einer links einer und dann könnt ihr zum beispiel edit 101 machen aber muss natürlich nicht sein könnt es natürlich auch alleine machen ihr könnt ihr immer die zeit stoppen also den timer von vorn starten und hier ist level leicht es geht hier von level leicht vom mittel dann noch schwer sehr schwer und unmöglich hier zeige ich euch mal das ganze bei medien wie ihr das ganze machen könnt also hier bei medium tut ihr erstmal hier auf editieren ich bin wie gesagt erst seit einer woche auf maus und tastatur und habe schon diese fortschritte im editen das ist nicht weltklasse aber es kann sich durchaus für eine woche gehen lassen ich mache noch öfters fehler weil ich noch nicht 100 prozent sicher im editen bin und so denke ich wird es bei vielen bei euch auch sein aber im laufe der zeit werdet ihr euch dann wahrscheinlich im editen verbessern ich spiele wie gesagt erst seit einer woche und ihr solltet es wenn ihr zum beispiel jeden tag nur eine halbe stunde diese edit parcours machen werdet dann verspreche ich euch werdet ihr große fortschritte machen so wenn ihr hier unten angekommen seid dann habt ihr einmal ein level durch dann könnt ihr wenn ihr es alleine gemacht habt und ohne einen freund auch hier nochmal hier auf der rechten seite oder linken seite je nachdem wo ihr angefangen habt das ganze machen hier ihr könnt auch euch immer steigern von der schwierigkeitsstufe zum beispiel bei leicht anfangen ist auch wirklich leicht und dann euch immer weiter steigern bis ihr es vielleicht irgendwann zu unmöglich macht wobei unmöglich ist es nicht aber wirklich sehr schwer das war es auf jeden Fall mit dem video lasst gerne ein like und abo da um noch keine weiteren videos zu verpassen und um mich ein bisschen zu unterstützen und dann ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal